Herzlich Willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Debian, Informationen über installierte Pakete abfragen. Um Informationen über ein bestimmtes installiertes Paket zu erhalten, wird der Befehl dpkg-p oder –print-avail-Paketname ausgeführt. So zum Beispiel print-avail-gedit. dpkg liest daraufhin die Informationen aus der Datei var-lib-dpkg-avail-able und gibt sie aus. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück! Untertitelung des ZDF, 2020